Willkommen hier bei Playofreak 17 und ich begrüße euch recht herzlich hier auf meinem Kanal und zwar mit Bausimulator 2012 ja und zwar wie ihr schon sehen könnt hat sich ein bisschen was verändert hier ich habe in der letzten Folge an dem Kran aufgehört und ähm ja habe euch schon zwei Aufnahmen gemacht weil ich in der ersten Aufnahme versucht habe äh hier ich zeig's euch kurz ist das Ding schon wiederum gefallen? Verfluchter nochmal weil ich in der letzten Aufnahme habe ich versucht sorry wenn da jetzt ein bisschen Todstörung waren äh hier das Rohr auf die Schaufel zu bekommen irgendwie funktionierte das nicht da habe ich da schon alleine schon mal 10 Minuten gebraucht und dann habe ich 20 Minuten gebraucht um das Scheißding da hinten hier der von dem Betonmischer dieses lange Rohr diese Pumpe oder was das sein soll auszufahren einzufahren bisschen LKW gewendet weil das nicht gepasst hat mit dem Betonmischer so und jetzt hab ich dich schnell zu voll jetzt machen wir was anderes äh leider mal habe ich da vergessen mein Mikrofon wieder mal anzuschließen und da habe ich mir jetzt gedacht na machst du ganz einfach mal eine neue Aufnahme jetzt ganz einfach und ähm ja ich hab mir ja schon überlegt was wir machen können ähm ich hab mir jetzt was überlegt was sinnvolles ist wo wir jetzt nicht irgendeinen Blödsinn machen und ja jippie ja die sind mir einfach von LKW runtergefallen ich wusste nicht wie ich die yeah hoch so die haben wir jetzt da so ein Scheiß noch ein bisschen mit dem Ding jetzt hier runtergefahren brauchst du eigentlich gar nicht ach egal so und jetzt geht's los wir backern wir backern erstmal mit dem kleinen Gerät ich würde sagen wir fangen hier drüben an so ähm was geht das hier wieder los jetzt geht's los jetzt geht's los jetzt machen wir jetzt packern 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 wir so hat mir macht es kein Ding hier kein Spaß wir nehmen jetzt etwas größeres Baumaterial hehehe äh ja meine lieben Freunde wir bauen jetzt was was wir bauen das ist natürlich noch nicht aber wir packen jetzt erstmal runter das ist jetzt mal ein bisschen größeres Gerät ich möchte gerne in die Perspektive mal ein bisschen was sieht so jetzt geht's los jetzt geht's los jetzt geht's los habe ich natürlich kein LKW hier aber mach mal später laden wir es jetzt erstmal hier irgendwo ab so wir packern und packern wer packert denn so spät noch am Baggerloch das ist Bodo mit dem Bagger und er packert noch kommt mir jetzt gerade richtig so in den Sinn wir packern und packern und packern und packern ich habe nämlich jetzt was vor und zwar hab ich vor jetzt so ein bisschen was zu machen paar Rohre da reinzusetzen das dann einfach mit Beton zuzuschütten mal sehen ob es funktioniert wie ich das mir so vorstelle damit wir überhaupt was sinnvolles machen dass die Löcher da drüben waren aber alle schon gell also nicht wundern ich habe da nichts vor uns vorgespielt und das ist wie gesagt nur die Demo-Version deswegen gucken wir was wir machen es geht aber voran und ja wer packert denn so spät dann noch am Baggerloch das ist Bodo mit dem Bagger und er packert noch wir packern und packern und packern und packern und packern und packern wir packern und packern und packern wir sind ja heute mal mit dem Arm hoch und wir drehen uns ja ich weiß es ist jetzt nicht so wirklich was interessantes was ich jetzt hier machen tue aber es ist schon mal wieder ein bisschen was abwechslungsreiches auf meinem Kanal das darf man nicht vergessen und es kommt kein Langeweile auf also ja ich finde das ist ganz interessant jetzt habe ich das natürlich wieder vor lauter Quatscherei habe ich das wieder ausgekippt also mit der Steuerung bin ich noch nicht so richtig vertraut hier mein Arm wieder hoch das ist einfach hier ab fertig also das dauert auch schon ein bisschen Leute gell jetzt wenn wir hier ein bisschen was erreichen wollen und ein bisschen was bauen wollen ordentliches das war es natürlich nicht sonderlich viel aber besser wie gar nicht ja wie gesagt ihr könnt mir gerne ja mal Kommentare unter das Video schreiben hier was ihr so gerne mal mal sehen möchtet jetzt hier ich meine es ist jetzt nur eine Demo Version aber es ist besser wie gar nicht würde ich mal meinen und wenn ihr jetzt irgendwelche speziellen Wünsche habt dann wie gesagt schreibt es mir einfach in die Kommentare drunter oder tatsächlich das wieder vor lauter Quatscherei habe ich das wieder ausgekippt naja egal also mit der Steuerung wie ihr seht komme ich noch nicht so wirklich klar es geht alles übelst schleppend hier es geht alles übelst schleppend hier wer reitet zu spät durch Wind das ist der Vater mit seinem Kind ich weiß gar nicht was ich jetzt so erzählen soll habt ihr vielleicht irgendwelche Vorschläge was wir jetzt hier machen oder was wir uns unterhalten können also Steuerung ist ja ganz klar Falltasten hier hoch und runter Schaufel auf und zu nach links und rechts und drehen WAST Arm hoch und runter das ist ja jetzt bestimmt bekannt so können wir wieder den Arm raus fahren ich denke mal so langsam sollte das reichen wir sind ja hier schon fleißig am backern mal gucken naja es geht wir backern noch ein bisschen normalerweise hat man da eigentlich auch Missionen was man da machen kann aber ich gucke mal ob ich das irgendwie noch hinkriege ob ich dann noch was finde wo man Missionen oder sowas machen können weil das ist ja jetzt nichts sinnvolles hier was wir machen tun aber es ist wenigstens schon mal ein bisschen was abwechslungsreiches auf meinem Kanal als sonst immer hier nur Need for Speed oder solche Geschichten oder nur Landwirtschaft Simulator das ist auch kacke wenn man immer nur selber auf dem Kanal hat deswegen habe ich mir gedacht jetzt hier ganz einfach mal die Version hier runter und wenn es bei euch gut ankommt und ihr habt irgendwelche Vorschläge was wir machen können können wir es natürlich auch sehr gerne in ähm ja in einer weiteren Folge machen oder so schade dass es hier keine größere Schaffel gibt ach ja also so den ganzen Tag backern werde ich garantiert auch machen also jetzt in Wirklichkeit es macht Spaß ich meine man hat nicht viel zu machen es ist ein paar Löcher zu buddeln so ich meine es ist jetzt nichts sinnvolles hier was wir jetzt hier machen tun aber immerhin besser als als gar nichts wir haben auch jetzt gar keinen Radlader aber sonst hätte ich das mit einem Radlader irgendwie gemacht oder so so das Loch wird immer größer und ja ich denke mal das sollte auch so langsam reichen für das was wir jetzt erstmal vorhaben so weil sonst wird es zu langweilig irgendwann mal für euch mich nur hier beim Backern so zu sehen so ja stellen wir uns erstmal den Bagger misst er es gut ab steht da so wie er stehen soll ja gut was ich ein bisschen blöd finden tut dass wir hier nicht hin und her zwischen den Geräten hin und her zwitschen können das habe ich finde ich vermisse ich ein bisschen Kiesgrube also es ist so wahrscheinlich so ein Spiel was man hier endlos zocken kann zumindest in seiner Demo-Version so und da wir jetzt nichts anderes haben müssen wir jetzt wohl der Übel wir stehen doch wir stehen doch so ach scheiß drauf schmeißen wir mal hier ab das haben wir wenigstens schon mal ein Buch oder so geht es auch so den haben wir systematisch geparkt rennen wir mal fix vor warum haben wir hier eigentlich keine Radlauter das verstehe ich nicht wer weiß was sagt denn eigentlich die tolle Uhr wie viele Minuten haben wir jetzt schon auf der Uhr so weiß ich gar nicht ja wir spielen schon wieder eine ganze Weile ich würde sagen wir machen erstmal hier an der Stelle Schluss und bedanke mich erstmal für's zu sehen auch wenn wir jetzt nur ein bisschen gebackert haben aber wir müssen ja die Geräte ausprobieren mein Name ist dennis von playerfreak 17 und macht's gut Leute tschüss ich sie Vielen Dank.